Hallo, ich heiße Maria Schmitz und präsentiere heute ein Buch zum Thema Identität in Deutschland. Hamid Abdel Samad ist Politikwissenschaftler, Publizist und Autor. Er hat in seinem Buch Schlacht der Identitäten 20 Thesen zum Rassismus vorgegeben. Hier lernen wir, wie man Rassismus den Schneid nehmen kann. Nach seinem Studium in Englisch, Französisch, Japanisch und Politik arbeitete er für die UNESCO als Islamwissenschaftler an der Universität Erfurt und am Institut für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität München. Wie bei allen, die die Waage halten können, ist er nicht ohne Feinde. Mit Beispielen belegt, teils aus eigener Erfahrung des Autors, ist das Buch wunderbar sachlich geschrieben. Wie ich finde, die Thesen sind universell anwendbar und meines Erachtens ausgewogen. In meine Laufbahn als interkulturelle Trainerin ist nie das Wort Kulturkrieg gefallen, denn ein solches Training hat zum Ziel, dass, worauf auch dieses Buch hinausläuft, eine empathische Gesellschaft, in der Offenheit und Toleranz gelebt werden. Der Autor spricht auch die in unseren Kreisen viel geschätzte Selbstreflexion an. Im Rahmen eines kurzen Videos lassen sich einige der 20 Thesen in einem von mir erstellten Akronym aus dem Buchinhalt am besten subsummieren. R für Rassismus Der Autor schreibt dem Individualismus bei der Lösung eine konkrete Rolle zu. Es sieht ihn als Ausweg, denn auch eine Überidentifikation kann Ausdruck von Angst sein. Gegen die schützt ein gesunder Individualismus bzw. ein gesundes Selbstbewusstsein im Sinne einer anpassungsfähigen und empathischen Identität. Dies unterstreicht auch Prof. Dr. Gertrud Hartmann in ihrer Rezension. S für Spaltung Spaltung und Intoleranz keineswegs verstärken M für Machtinstrument Machtinstrument, mit dem Angst- und Unmachtsgefühle überspielt werden U für Unsicherheitsgefühle Unsicherheitsgefühle und Angst sowie demütigende Erfahrungen sind die Triebfäder des Rassismus S für Stereotypen Stereotypen beruhen meist nicht auf Erfahrung, sondern rein auf Gerüchten oder Meinungen Bei einem Akronym auf Englisch bliebe die Buchstabe C C für Cancel Culture Rassismus bekämpfen wir nicht durch Cancel Culture, indem wir uns zu Vertretern des einzig Wahren aufschwingen und andere als die ewig Bösen verteufeln Rassismus bekämpfen wir nur, indem wir dogmatische Loyalitäten überwinden und Identitäten nicht gegeneinander ausspielen Der Autor versäumt es nicht, darauf hinzuweisen, dass, wer hinter allem Rassismus vermutet, bestehende Konflikte verschärft Und wer das große Ganze im Blick behält, lässt Empathie nicht außer Acht Empathie für persönliche Identitätskonflikte, Entfremdungsängste oder soziale Ungerechtigkeit Fazit Der Autor setzt auf die humanitäre Fähigkeit der konstruktiven und bereichenden Verständigung anstelle eines destruktiven religiösen, kulturellen und ideologischen Kriegs der Identitäten Das beginnt mit der Annahme und Vergewisserung der eigenen Identität und die Offenheit für die des Anderen in einem Wort lesenswert Das beginnt mit der Annahme und Vergewisserung der deutschen Karte